So, aber erstmal... Äh, wo ist das Ding? Da! Ein bisschen Intelligenz, schade? Nee! Yeah, plus drei! Damit müsste sich eigentlich mein Mana erhöhen oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. So, das kann ich noch nicht benutzen, ne? Schade. Aber das werden wir noch benutzen. Wenn mir ein Gegner in die Quere kommt. So, ansonsten... Gibt es hier irgendwas zu holen? Irgendwie ne Truhe oder so? Natürlich nicht. Gut, dann geh ich! So. Keine Gegner? Das ist ein bisschen... komisch. So. Oh, Zwischensequenz! Ich bin Zwischensequenz. Licht! Hey! Endlich! Wir gehen aus dieser Scheiße raus! Die Frage ist, wo sind wir überhaupt? Oh, ne Ruine. Toll. Da hab ich mich zu früh gefreut. Wieso gef... Warum gefällt mir dieser Ort noch weniger als der da unten? Oder ist das ne Stadt? Nein, das ist noch irgendwo anders. Das ist noch nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Do you not verify their corpse? Sir, my apologies. Oh, Bugpfeife! Coward! Yeah, you're staying on the discussion of our order. Also, is this shit written? I can't read it. The lose of our brothers cannot be helped. Pray that fate will not be as cruel as mistress to us. Search there at home... ...Möllen... ...Möllen-Camps been using us here somewhere. Leave no stone unturned! Sir! Irgendjemand hat mich auch angeschrieben und sagte... ...irgendwie ein Kommentar... ...ja, das Lesen... ...das Vorlesen der Dialoge macht es auch nicht besser. Oder... ...macht die Atmosphäre auch nicht besser. Ich mach's auch nicht für die Atmosphäre... ...ja doch, bisschen auch für die Atmosphäre, aber auch... ...einfach, damit man... ...damit ihr nicht lesen müsst, sondern... ...das ein bisschen so... ...stimmiger wird, nenne ich das jetzt mal so. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber egal. ...I... ...I... ...for one... ...cannot leave this accursed city soon enough. I don't give a fuck. How about that, nigger? So. Ein Speicherpunkt. Den wir benutzen werden, denn... ...ich möchte ja meinen Triumph... ...feiern. Ne? So, das wird jetzt wieder dauern... ...dauern, aber mein Gott. Zwar können wir safe staten, aber... ...wer weiß, was passiert, wenn mir irgendwie... ...ähm... ...Dings da abschmiert. Irgendwas. Also hier... ...Fraps. Oder sonst was. Dann muss ich ja irgendwie... ...wieder zurück, ne? Und dann... ...Safe state ist da nicht immer so... ...so das sicherste Ding. So, da können wir rein. Es gibt zwei Wege. Wie befindst du... ...ähm... ...was ist das hier? Können wir eigentlich hier rein? The door is locked with a crimson key. Ah, okay. Das heißt hier können... ...das können wir schon mal knicken. Es gibt zwei Wege. Da oder da. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Hier sind mehrere Gänge. Aber ich will gucken... ...falls das jetzt der Weg ist, wo wir hin müssen... ...will ich schauen, wohin der andere Weg führt. Okay, wir müssen... ...wir gehen auf jeden Fall gleich zurück, Leute. Nach der Zwischensequenz. Da oder so weiter weg. Ich schaue dich weg. Und dann... ...wenn du mir jetzt... ...wenn du es... ...hier ist. Erste Siedmöse. Ich schaue dich,... ...Kritte Nacht. Wie ist das aber? Lecker, ne? Ich schmier's nur auf mein Körper, lecker. Was gehört, Fahrzeuge? Was ist das denn? Meine Frau? Doch, wie ist das denn? Was ist das denn? Oh, nein, sie spricht. Oh nein, sie spricht. Ist das die Rennation des Flachens? Sicherlich, das ist die Death, aber nur eine Faset von der Wahrheit. Die Wahrheit ist die Death der S-Soul. There is no a true death, even should their flesh crumble to desay their souls we wonder eternally. The Undying of Leomondon do die, but it is an uncomplicated death. An uncomplicated death? Trapped in the purgation they yearn for life, those they seek bodies without souls, and the corpse that war, are born. They say the whole of the North Wind is the cry of the wandering souls. Listen! Gather our remaining men! Join with the Tiger's Knight and crush Mühlenkamp! Go! By your command. Would the same happen to me? You will not die, Ant. Ant? There is no who has found the truth on that immortality, my love. Let us search for this city. Okay. So, the Cardinal seeks immortality. That's right, but it's now that concerns you. Was? Uh-oh. An uncomplicated death is more than a... Which my VKP-Botcher deserves. Oh no. You want to fight? How? It seems like I can only fight with Magie. And I don't do any damage to you. So, how does it look like Solid Shock? Yeah, Solid Shock is probably better. Head! Solid Shock! Give it to him! Oh... Eh... Eh... Ich glaub... Ich zieh das nochmal ab. Sein Kopf ist eine gute An-An-An-Griffstelle? Das war's für dich eigentlich Wieso? Mach ich keinen Schaden Es ist nur ein Schaden Aber I don't give a fuck Dann töte ich dich Solange bis du stirbst Ey, nicht so schnell Worin willst du? Muss ich vielleicht überhaupt nicht Gegen die kämpfen? Vielleicht muss ich noch abhauen Ich weiß es nicht Aber ich schau mal Was so geht Ich glaub ich kann sie nicht bekämpfen Ich muss fliehen No It's no time for a flight Dann fahr zu Ende Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Tja Damit hast du nicht gleich Mit Papier Ach das Ding hab ich schon Papier hab ich doch schon Ist das besser als meins? Ja, disable Rapier Autsch Und da denkst du Du kommst einfach so weg, heißt Falsch gedacht Scheiße Ein bisschen Heimweh Jetzt auch nicht schlecht Dafür hab ich noch grad genug Mana zur Verfügung Sauber Und warte mal Items Äh Equip Was ist mit diesen Rapiers Ist ja besser als zwei Außerdem will ich vielleicht Ein paar Sachen wegschmeißen Das ist jetzt glaube ich Ein bisschen ungünstiger Moment So was zu sagen Aber Ach, fuck Nein Ich will das jetzt Das gerade machen Ja Rusty Nail Will ich auch nicht haben Ich hasse So was Boom Cleaver Ist irgendwie auch scheiße Und Pinky Skrill Mach ich auch So Glaive Spear Rapier Oh, was ist das? Sky Meiter Nein, warte, warte Ich will das jetzt gucken Was das dann kann Ich hasse das Ich muss mit der Steuung Ich muss mit der Steuung Wenn ich mal ein bisschen Wieder klackere Das ist mein Rapier Was macht es für ein Schaden? Nein, nein, nein Zurück, warte Ey, das Ding ist ja scheiße Warte, dann kann ich ja Equip Rapier Und dann nehme ich dafür Oh, fuck Ich möchte das jetzt bitte In mein Inventar Search Was ist das? Okay Sword Playtide Vielleicht mit Equip Es geht nicht Verdammt, ich will diese Tuckwaffe Nein, nein Frisch deinen eigenen Scheißschaden Nutte Egal, ich glaube Ich klär das dann Nach der Aufnahme Einfach Du gehst mir schon langsam Auf die Eier Komm her